Hach wie sie da sitzen, guck doch so an die zwei. Oh, nicht schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Ninebells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu, Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erst mal eine Weile nicht plättern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht dieser Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Klar, Chef. Du solltest die Axt erst mal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ja, machen wir. Was ist los? Hier alle am Schlafen. Ja, ich weiß nicht, ob noch jemand da ist. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal nicht davon aus. Weil Spielen ist bei mir nicht anders wie bei dir. Wenn dann fünf Leute da sind, dann gehen vier. So, wie funktioniert das jetzt hier? Gehen. Aha, und dann halt einfach hoch. Wissen wir, wie es geht. Runter uns. Schwupps. Und schwupps. Halt dich fest. Ich weiß gar nicht, wie sind wir da rüber gekommen. Mal gucken, ich glaube hier hoch. Hier hoch. Und vielleicht da rein. Ja. So. Auf das Flugzeug. Rüber. So. Jo, sie wollen uns nicht zocken sehen, oder? Äh, ach da war. Ja, wollen wir mal in so'n krassen Kletterskill ausprobieren hier. Boah. Tja, auch da rüber muss ich bestimmt, oder? Ach du Scheiße, was will denn da jetzt von mir? Ja, links und dann springen. Ja, klar. Wollten wir hier jetzt auch hin, ich meine, ja, wir haben doch auch so hingekommen. Da könnten sie Gräber, ach ja, wir haben ja dieses Grab gefunden, genau da, wo wir vorher nicht hoch konnten. Jetzt können wir es aber. La, 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 la. So. So. Was finden wir hier? Wo ist die Leiche? Ach, da seid ihr doch. Guten Tag. Hans und Meiser. Habe die Ehre. Ja, ich übersehe hier bestimmt irgendwas. Ich kann doch bestimmt was eins sammeln. Habe ich das schon gesehen? Ja, von hier bin ich gekommen, oder? Und hier drüben war Hans und Meiser. So, ja, okay, gut. Lala, dann gehen wir da hoch. Den Treppen entgegen. Drehst du dich. Oh, auf einmal rennt sie los, wie ein wild gewordenes Biest. Lara, vorsichtig, nicht so stürmisch. Grab der Unwürdigen. Neues Lager entdeckt. Ach, das kann man jetzt speichern hier. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Sie wollen mir an die Wäsche. Setz all. Und dass sie von der Wäsche aufhängen, wo wir bei Wäsche wären. Was gibt's hier noch? Wieder ein Clip. Was hast du denn da geklippt? Jetzt war doch gar nichts gerade. Ich geh mal was mit duschen. Ah, schön. Oh Gott. Goldige, vergoldete Figuren. F zum was? F zum Schubsen wieder hier. Das geht dann runter. Das geht hoch. War das jetzt gut, dass ich das gemacht habe? Wir werden es nie erfahren. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Das kann sein, Laura. Damit du deinen eleganten Move mal selber siehst. Ah, okay. Kann ich hier hochklettern? Doch, es war gut, dass ich es runtergeschubst habe. Wahrscheinlich. Jetzt kann ich da ran. Festeil den. So, mal hier unten. Oh, hätte ich die jetzt anzünden müssen? Oh, Feuer. Feuer, erforderlich. Ich habe kein Feuer mitgenommen. So. Wo kriege ich hier ein Feuer her? Da drüben. Also springe ich erst da rüber. Ah, sehr schön. Hol mir ein Feuer. Dreht das hier vor Wut einfach mal runter. Und das auch, weil, vielleicht bauen wir es ja. Halt dich fest. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das anzünden soll, aber ich mache es halt einfach mal. So, jetzt ist er leicht. Ah, jetzt geht er auch mit uns hoch. Aha. Und nur? Was ist denn hier Hilfe? Ach. Ist doch bloß, wir hätten da klettern müssen. Komme ich doch jetzt gar nicht mal rein. Oder? Oh, 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 oh. Äh, ja, gut. War das vielleicht jetzt keine so gute Idee? Oder? Wie komme ich da ran? Und was hat es da mit Aufsichten? Gar nichts, oder? Ich kann den ja runterpogen hier. Ach, jetzt geht es hoch. Jetzt komme ich ran. Ah, gut, okay. Das Rätsel ist Lösung. So, jetzt muss ich jumpen und pickhacken. Na, was machst du denn, Laura? Warum springst du denn da rüber? Hä? Ach so. Ach. Jetzt komme ich ja nicht mehr runter. Jetzt habe ich hier so eine blöde Alpha-Wand im Weg. Habe ich jetzt einen Bug gefunden? Das würde mich ja nicht wundern, wenn es um mich geht. Ich wollte jetzt eigentlich wieder runter. Und in dieses Ding die schweren Teile da reinmachen. Jetzt stehe ich hier und komme nicht mehr runter. Oh, nee. Kann nichts machen. Kann auch nicht nach oben springen. Ich bin von Alpha-Wänden gefangen. Ach, nee. Warum muss ich immer irgendwelche Bugs finden? Oh ja, da ging es auf einmal. Fast gestorben, ja. Moin. Kein Problem. Aber ich kann das gar nicht da reintun. Hä? Was muss ich denn machen hier? Ich habe noch nicht lange weggespeichert. Das wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Aber ich muss ja trotzdem eigentlich da rausspringen, dass ich an die Wand komme. Ich konnte aber jetzt nur hier irgendwie mich rauspacken. Da stehst du da, Laura. Ich weiß mit dir nichts anzufangen. Oder noch weiter runter schützen. Kann ich das nicht noch weiter runter schützen? Schüpfst du es richtig runter? F. F, komm. Du willst es doch auch, Weib. Siehst du? Sag doch, du willst es auch. Hau das runter. Noch ein Stück. Ich glaube, das soll nicht so. Tja. Kann doch nicht wahr sein. Hier steht es. Drücken Sie F. Kommt doch immer wieder zurück. Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Gut. Gut. Ist jetzt nicht so schlecht. Lara, was tust du denn? Hä? Was guckst du denn so genervt? Komm, noch ein kleines Stück. Das geht nicht bis ganz runter. Tja. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier... Warum das nicht funktioniert. Und warum die Alpha-Wand da oben im Weg ist. Ah, jetzt komme ich ja da gar noch mal ran. Was ist das für ein Seil? Jetzt komme ich ja gar nicht mal ran. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Jetzt kann ich aber gar nichts mehr machen hier. Ne, wieder hoch. Ich kriege es nicht mehr hoch. Oh ne. Komm mal. Ich kann mir gut vorstellen, das ist tatsächlich ein Backbohr.